Die Aufnahme ist zwar nicht im Winter entstanden, aber sie passt gut in die Serie Fahrtipps mit Ein wunderschöner Tag im Sommer und es geht von IMS in Österreich das Handling auf. Man beachte das Kiesbild auf der rechten Seite, denn das bekommt im nächsten Abschnitt einen Besucher. So, was ist passiert? Der Fahrer vor mir hat das Hinterrad überbremst, wahrscheinlich auch seinen Blick auf das Kiesbett oder das Straßenschild geheftet und ist dann natürlich in diese Richtung gefahren. Getreu nach dem Motto, das Hindernis, das du anschaust, triffst du auch. Aber keine Angst, dem Fahrer und auch dem Motorrad ist nichts passiert und er konnte nach einer kurzen Verschnaufpause wieder weiterfahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017